Heute Abend haben wir ein Konzert aus der Reihe WIDMAR SAYS YETA SAYS. Das ist eigentlich unsere Tango-Reihe, die normalerweise Michael und Daniel Ziesmann immer spielen. Das ist teilweise auch heute so. Daniel Ziesmann steht auf der Bühne, zusammen mit seinem Duopartner Jean-Jacques Schmid. Und gleich wie BHS immer relativ offen ist, was das Programm angeht, so ist auch die Reihe immer relativ offen. Und heute Abend gehört ihr nicht Tango, nicht Nuevo Tango, sondern an Daniel seine zweite Leidenschaft, die klassische Musik. Hier gehört eine Reihe von kurzen Stücken von Huber, Müller, Tauber, Morthimmer und Bloch. Es ist alles Schweizer Musik. Das heisst, die Herren Komponisten sind entweder Schweizer oder sie haben sich an einem Schweizer Thema angenommen. Teilweise blitzen auch durchaus Melodien aus der Schweizer Volksmusik auf. Und es wird ein unterhaltsamer und spannender Abend. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Daniel Ziesmann und Jean-Jacques Schmid. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Daniel Ziesmann. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Daniel Ziesmann und Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Daniel Ziesmann und Musik 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 Amen. 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 Musik 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 Musik